Willkommen in einem Gebirge, welches zu den schönsten der Welt gehört und dessen Flora und Fauna unnächst von der UNESCO als Welterbestätte geklögt wurde. Bei unserer viertägigen Wanderung durch diese faszinierende Landschaft erwarten uns majestätische Gipfel, malerische Täler und idyllische Almen, aber auch Steinwüsten und steile Felswände, welches zu erklimmen gilt. Also, schnürt eure Wanderschuhe, packt euren Rucksack und kommt mit uns auf ein Abenteuer, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Lasst uns gemeinsam die Magie der Grötner Dolomiten erleben. Ja, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe. Für uns geht es jetzt nämlich vier Tage lang hier durch die Dolomiten hindurch. Ja, und die genaue Planung der Etappen, die blende ich euch jetzt ein. Am ersten Tag geht es für uns von St. Ulrich aus zunächst hinauf zur Kirche St. Jakob. Durch den Wald hindurch queren wir dann die Hänge vom Monte Petz rüber zu den grünen Almwiesen der Secheda. Vom Gipfel der Secheda aus folgen wir dann den Bergrücken und steigen ab zur Regensburger Hütte. Am zweiten Tag geht es nun hinein in die Pues-Geißler-Gruppe. Nach einem kurzen Abstecher auf dem Colle de la Pierre folgen wir nun den Dolomiten-Hüllenweg 2. Wir umrunden den Kessel vom Langental und erreichen dann unsere Unterkunft am Grötnerjoch. Am dritten Tag geht es zunächst vom Grötnerjoch über den Peskaidu-Klettersteig hinauf zur Peskaidu-Hütte. Von dort aus machen wir dann einen kurzen Abstecher auf den Sima Peskaidu. Danach geht es dann für uns weiter zur Boehütte. Am vierten und letzten Tag steigen wir zunächst von der Boehütte hinauf zum Piz Boeh, dem höchsten Punkt des Sellerstocks. Vom Gipfel geht es dann auf der anderen Seite hinab zum Podoyoch. Unsere Tour endet. Viel Spaß mit der Videoserie, wird richtig cool. Auf jeden Fall. Also viel Spaß mit dem Video. Willkommen in Italien, in Valgadena. So, jetzt komme ich erstmal raus aus dem Wald und warte auf meine Frühstückslieferung, weil ich habe echt Hunger on the Rips. Ich sag's euch, ich brauche Calories. Ein paar Sekunden später. Frühstück in Valgadena. Benni ist auch schon da. In St. Röhrich im Grötnertal startet die erste Etappe unserer viertegigen Tour durch die Grötner Dolomiten. Wir durchqueren den Ort und folgen hinter der Talstation der Secheda-Seilbahn, zunächst im Verlauf des Baches Ruf de Costa. An der nächsten Wegkreuzung biegen wir dann rechts ab in Richtung St. Jakob. Wir überqueren die Wiese und steigen am Waldrand in vielen schmalen Sempentinen hinauf. Bereits hier erlaubt der Wald ab und an den Blick auf die Secheda gegenüber. Hinter der nächsten Wegkreuzung folgen wir am schmalen Pfarr durch den Wald und erreichen dann schon bald die Kirche St. Jakob, von wo aus wir einen tollen Ausblick auf den gegenüberliegenden Lang- und Plattkurve genießen können. Danach steigen wir durch den Wald weiter rauf zum Ballest, einem kleinen Aussichtspunkt oberhalb der Kirche. Angekommen am Aussichtspunkt rückt diese Scheda bereits in greifbare Nähe. Ein paar Meter oberhalb vom Ballest können wir dann unter uns auch St. Ulrich erkennen. Durch den lichten Wald erreichen wir dann die Wegkreuzung Plan Daroles, wo wir dann links in Richtung Corona-Hütte abbiegen. Im leichten Auf und Ab queren wir die Hänge vom Monte Pic. Hier weist uns nun auch das erste Wegschild auf die Secheda hin. Am Waldrand können wir dann die Corona-Hütte bereits auf der gegenüberliegenden Wiese erkennen. Kommt die Hütte in Sicht, sind auch die Menschenmassen wieder am Start. Über die italienische Stimmen, da kommt gerade der Benni aus dem Wald. So, und jetzt gehen wir erstmal was trinken auf der Hütte, bevor es dann zur Secheda hochgeht. Über den Forstweg erreichen wir dann die Corona-Hütte. Noch nie so über Corona gefreut. Hinter der Hütte geht es nun über die Almwiesen der Secheda weiter hinauf in Richtung Gipfel. Vor uns öffnet sich dabei immer mehr der beeindruckende Blick auf die umliegenden Berge der Dolomiten. Leute, ich muss wirklich sagen, ich gehe hier gerade hoch von der Hütte, bin ja auch zum ersten Mal hier. Benni war ja schon dreimal. Und hier diese ganzen Berge so zu sehen, die sind schon atemberaubend schön. Also ich bin wirklich nicht enttäuscht von dieser grandiosen Aussicht hier. Ihr müsst hier wirklich herkommen, das ist wirklich was ganz Besonderes. Diese wunderschönen Dolomit-Wände, der Sellerstock, diese Secheda. Ja und dann hast du hier eine riesen Graslandschaft, soweit das Auge reicht und genau da geht es dann auch für uns heute noch weiter. Was kann man sich mehr wünschen von der Meertages-Tour, als einfach genau in so ein Gebirge hinein zu marschieren. Vorbei an der Sophie-Hütte steigen wir hinauf zur Bergstation der Secheda-Seilbahn, wo wir nochmal eine Kurztrinkpause einlegen. Benni, Strandurlaub oder? Wo ist der Strand? Da unten irgendwo. Nach der Pause folgt noch ein kurzer Anstieg und wir erreichen den Gipfel der Secheda, welcher spätestens seit 2017 zum Publikumsmagnet geworden ist, als der damals neue iMac Pro ein Foto vom Secheda-Kamm als Hintergrundbild nutzte. Ja Leute, was soll ich sagen, das ist jetzt hier diese berühmten Zacken da, hier oben mit den ganzen Chinesen auf der Secheda, super toll, geil, schöne Zacken, ja, ganz was besonderes, ja, haben wir es geschafft, super. Musik 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 Ja Leute, ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Unbeschreiblich schön einfach hier. Und jetzt steigen wir ab zur Regensburger Hütte, wo uns dann schon ein leckeres Abendessen erwartet, hoffentlich. Vom Gipfel der Secheda steigen wir dann über den Bergrücken weiter ab in Richtung Regensburger Hütte. Musik Musik Grüß Gott, dürfen wir rein? Ja. Okay, danke. Musik Vorbei an einigen Kühen und Alpakas am Wegesrand passieren wir die Troja-Hütte und steigen über die grünen Wiesen weiter hinab. Musik Der Blick schweift aber immer wieder auf die umliegenden Dolomiten-Gipfel, welche seit dem Jahr 2009 zum UNESCO-Welterbe gehören und daher seither offiziell zu den schönsten Gebirgszügen der Welt zählen. Musik Der Kai, der ist ziemlich begeistert, der kommt ja aus dem Film und Fotos machen gar nicht mehr raus. Eppichte Bergbilder, guck dir das an! Hast du schon mal so ein Tal gesehen? Alter! Ich sag schon, der ist völlig aus Mäuschen. Vorbei an einigen Kühen durchqueren wir dann ein kurzes Waldstück. Musik Hinter dem Wald können wir unser heutiges Atappenziel bereits deutlich erkennen. Die Regensburger Hütte. So ihr zwei, wie komm ich jetzt rein? Ich weiß, ihr wollt rein, aber ich will auch rein. Musik Tut mir leid, ihr müsst draußen bleiben. Ich hab geschossen in Gesellschaft leider. Sad face. Musik Musik So Leute, ihr seht immer so viele Touren und so von uns, aber ihr habt noch nie gesehen, wie die Hütte eigentlich aussieht. Das ist eine perfekte Schlaflage. Schaut euch das mal an. Zwei Millionen Betten hier. Willkommen in der Kaserne. Die sind heute Gold wert. Ja, Europax. Vergesst nie die Europax auf der Hütte. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren. Ja, servus und guten Morgen hier von der Regensburger Hütte. Ja, heute starten wir jetzt auf die zweite Etappe unserer Dolomiten-Durchquerung. Und dabei steigen wir jetzt erstmal weiter bergauf Richtung Purshütte. Dort treffen wir dann auf den Dolomitenhöhenweg 2, welchen wir dann weiter Richtung Süden folgen, bis zum Grötnerjoch. Ja, und wenn es sich zeitlich ausgeht, dann werden wir auf den Weg dorthin noch den einen oder anderen Gipfel mitnehmen. Also, viel Spaß mit dem Video. Nach dem Frühstück auf der Regensburger Hütte starten wir auf die zweite Etappe unserer Tour durch die Grötner Dolomiten. Tschüss und danke. Im leichten Abstieg folgen wir zunächst dem Weg in Richtung der Purshütte. Hinter einem kurzen Waldstück erreichen wir dann eine große Freifläche, welche uns einen freien Blick auf die umliegenden Berge ermöglicht. Durch das breite Tal folgen wir den Weg nun weiter hinauf zur Sielesscharte und genießen dabei die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Weiter oben erreichen wir dann die Wegkreuzung vom Dolomitenhöhenweg 2, welcher sich hier vom Norden aus mit unserem Aufstiegsweg vereint. So, den längsten Teil vom Anstieg haben wir jetzt heute schon geschafft. Wir sind inzwischen unterwegs auf dem Dolomitenhöhenweg 2. Ja, und vor uns sind wir jetzt schon die Charte, wo wir jetzt noch etwa 200 Meter aufsteigen müssen. Auf geht's! Kurz vor der Charte wird es nun wieder steiler und es geht durch viel Geröll und Gestein den steiligen Weg zur Sielesscharte hinauf. Dann erreichen wir die Sielesscharte, wo wir uns dafür entscheiden, dem Col de la Pierre noch einen Besuch abzustatten. Wir deponieren unsere Rucksäcke an der Scharte und steigen nun rechtzeitig, teils mit Stahlseilen gesichert, bergauf in Richtung Gipfel. Hinter den Stahlseilen gesicherten Passagen flacht der Weg etwas ab und wir erreichen das große Gipfelplateau, wo wir ein kurzes Stück zum Gipfelkreuz hin absteigen müssen. So, jetzt haben wir es geschafft, zum Bagger kommen wir oben am Gipfel vom Col de la Pierre. Ja, und genießen jetzt hier oben die tolle Aussicht. Drüben kann man auch die Cecella sehen, wo wir gestern noch oben waren. Die Geißlerspitzen grüßen da hier rüber und auch der Sassri Geiß. Auf der anderen Seite sieht man auch den Langkofel und Plattkofel, sowie die Saiseralmen. Ja, und auch der Sellerstock ist von hier aus schon sichtbar. Ja, und in den nächsten Tagen, da wird es dann noch weiter in den Sellerstock hinten hineingehen. Den Pitzbue-Gipfel kann man von hier auch schon sehen, aber da sind wir dann erst in zwei Tagen oben. Ja, und wir machen jetzt hier oben noch ein bisschen Pause, bevor wir dann wieder absteigen hier vom Gipfel und dann geht es mit den Rucksäcken weiter Richtung Puerzhütte. Angekommen am Gipfel legen wir eine Pause ein und genießen dabei die tolle Aussicht über die Grötner Dolomiten. So, wir sind jetzt gerade hier beim Abstieg und ich muss sagen, wir haben irgendwie keine Lust mehr bis zur Scharte abzusteigen. Ich würde sagen, wir schnipsen uns einfach runter, oder? Gar keinen Bock, du. Gar keinen Bock. Also ab zu den Rucksäcken würde ich sagen. Ja, mach mal so. Drei, zwei, eins. Jawohl, da sind wir wieder auf der Scharte. Unsere zwei Rucksäcke, die liegen da unten auch, die warten schon auf uns. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ging doch schnell jetzt, ne? Ja. Und jetzt geht es erstmal weiter Richtung Puerzhütte. Erstmal da drüben rauf und dann im gemächtlichen Abstieg runter zur Hütte. Zumindest hoffen wir das. Mal gucken, was kommt. Zurück an der Sialis-Scharte geht es nun mit Rucksack weiter in Richtung Puerzhütte. Dazu steigen wir zunächst recht steil und teils sei gesichert links aus der Scharte hinauf. Weiter oben verläuft der Weg dann flacher entlang des Hangs. Hier erinnert uns die Landschaft doch stark an die Landslide-Areas aus der Annapurna-Region in Nepal. Hinter der Hang-Kommierung wartet dann ein breiter und angenehmer Abstiegsweg auf uns. Auf den Wiesen sind aber hier und da auch einige einheimische Schafe zu sehen. Der Kai versucht hier gerade eine kommunikative Basis mit den Südtürholer Schafen aufzubauen. Hinter der Schafherde folgen wir dem Steig weiter in Richtung Puerzhütte. Dabei entdecken wir am Wegesrand immer wieder auch einige Edelweißblüten. Mit Blick auf dem Langkofel gegenüber queren wir weiter den Hang vom Puerzhütte. In einer Einschartung vom Hang erreichen wir dann die Puerzhütte, wo wir eine wohlverdiente Pause einlegen, bevor wir dann dem Dolomitenhöhenweg 2 in Richtung Gröthnerjoch weiter folgen. So, wir sind jetzt hier hinter der Puerzhütte. Da haben wir gerade kurz noch mal Pause gemacht, was getrunken. Ja, und genießen jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht runter ins Tal, bevor es dann gleich weiter geht Richtung Gröthnerjoch. Etwa zweieinhalb Stunden geht es da noch hin. Den Weg kann man von hier auch sehr gut einsehen. Da geht es jetzt einmal links komplett um den ganzen Talkessel hier rum. Und dann geht es noch mal ein kurzes Stück bergauf und danach geht es dann runter Richtung Gröthnerjoch. Hinter der Puerzhütte genießen wir noch etwas die tolle Aussicht auf das Langental unter uns, welches sich von hier bis zum Örtchen Wolkenstein im Gröthner Tal erstreckt. Und da? Ja, hallo. Wir kommen zu euch runter. Wir steigen gerade ab. Zwei Stunden sind wir da. Aber gibt es noch Essen? Bis halb neun. Bis halb neun. Super. Ja dann, bis bald. Ja, es hat eine zwischendurch Tradition. Der obligatorische Hüttenanruf bei unseren Touren dauert immer länger als geplant, weil immer noch der eine oder andere Gipfel dazu kommt. Da hinten ist ein Gipfel. Gehen wir da noch hoch? Wir haben doch Zeit. Nein. Ohne weiteren Gipfelsturm folgen wir nun dem Dolomitenhöhenweg 2 weiter in Richtung Gröthnerjoch. Dabei passieren wir auch das Siamperjoch, wo wir ein kurzes Stück absteigen und auf der anderen Seite wieder aufsteigen müssen. Im leichten Auf und Ab geht es dann dem nächsten Joch entgegen, welches wir vor uns bereits erkennen können. Du Kai, was sagst, wie lange ist noch zum Joch? Auf dem Schildstand fünf Minuten. Also ich denke mal, es sind noch vier. Doch länger. Es sind mal was mit diesem Jochen. In leider deutlich mehr als fünf Minuten erreichen wir dann den Anstieg hinauf auf das Crispainer Joch. Oben angekommen sehen wir auf der gegenüberliegenden Seite dann mit dem Zierjoch bereits das nächste Joch, welches es nach dem Abstieg noch zu überwinden gilt. Nach dem Abstieg queren wir den Hang und steigen dann hinauf auf das Zierjoch, wo Kai schon wieder zwei schlechte Nachrichten parat hat. Die erste schlechte ist, es gibt noch ein Joch. Die zweite schlechte ist, es kommt noch mal ein Gegenanstieg. Wer hat eigentlich diese Route rausgesucht? Also möchte ich gerne mal wissen, möchte ich gerne mal persönlich kennenlernen. Der Abstieg vom Zierjoch weiß durch seine vielen Felszacken zu beeindrucken. So stark wie befürchtet fällt der Gegenanstieg bei der Durchquerung der Felszacken jedoch nicht aus. Und so steigen wir schon bald wieder bergab in Richtung Krötner Joch, welches wir nun unter uns bereits erkennen können. In vielen Serpentinen kommen wir nach und nach der Talsohle näher und erreichen dann Jimmys Hütte, welche jedoch heute bereits geschlossen hat. Somit folgen wir dem Forstweg weiter in Richtung der Passstraße, wo sich mit dem Refugio Alpino unsere heutige Unterkunft befindet. Nach dem Check-In entspannen wir etwas oben im Schlaflager, bevor es dann bei einsitzendem Regen für uns zum Abendessen geht. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren. vorbei адmücher d g d g d d Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, servus und guten Morgen hier vom Grötner Joch. Ja, heute beginnt jetzt die dritte Etappe unserer viertägigen Dolomiten-Durchquerung. Und zwar geht es jetzt heute rauf zur Refugio Boe. Und dabei folgen wir wieder den Spuren vom Dolomitenhöhenweg 2, weichen allerdings gleich davon ab und werden jetzt gleich dann nach dem Zustieg über den Piscali-Klettersteig aufsteigen. Ja, und danach geht es dann über den Dolomitenhöhenweg 2 weiter zur Boe-Hütte. Also, viel Spaß mit dem Video. Die dritte Etappe unserer Dolomiten-Durchquerung entlang des Dolomitenhöhenwegs 2 führt uns heute vom Grötner Joch aus hinauf in den Sellerstock bis hin zur Boe-Hütte. Zunächst queren wir heute einige Zeit die Hänge vom Sellerstock, bis wir den Eingang vom Valsetus erreichen. Also Leute, wenn ihr euch das so anschaut, diese gigantische Wand und hier gehen die Leute ganz klein da vorne durch. Das Ganze ist wie eine riesige Festung und das ist der riesige Toreingang hinein. Schon fast ein bisschen wie bei Herr der Ringe oder so. So, wir befinden uns jetzt hier im Valsetus, das Tal, wo auch der Dolomitenhöhenweg 2 durchverläuft. Allerdings wurde der inzwischen durch einen Murenabgang ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, für uns gibt es wieder ein paar extra Höhenmeter. Wir müssen ein bisschen hier im Tal aufsteigen, damit wir auf der anderen Seite dann zum Zustieg zum Piscali-Klettersteig kommen. Nach dem Abstieg, raus aus dem Valsetus, folgen wir weiter den Wegschildern in Richtung vom Piscali-Klettersteig. Hinter einem Wegabzweig folgen wir den bereits sichtbaren unteren Piscali-Fall, wo sich der Einstieg vom oberen Teil des Klettersteigs befindet. So, wir stehen jetzt hier am Einstieg vom Piscali-Klettersteig. Da unten ist der Kai, der macht sich gerade fertig. Ja, und jetzt geht es für uns hier rauf. Und tatsächlich sind irgendwie gar keine anderen Menschen hier komplett alleine, obwohl wir am Wochenende, am Samstag sind. Heute haben wir einfach Glück gehabt, denn der Parkplatz unten ist ja noch gesperrt während dem Murenabgang. Und vielleicht lasst sich da der eine oder andere abschrecken. Aber ja, so haben wir jetzt hier den Klettersteig für uns alleine. Der Einstieg des oberen Klettersteigs beginnt im Schwierigkeitsgrad AB und quert entlang einer Felskante hinauf auf einen Grad. Am Grad wird es dann im Schwierigkeitsgrad B kurz etwas schwieriger, bevor wir dann das kurze Gehstück am oberen Piscali-Fall erreichen. Entlang des Piscali-Falls wird der Steig nach und nach wieder steiler und mündet oben in einigen Klammern, welche teils leicht überhängend montiert sind. Auf der Höhe des Wasserfalls folgt dann eine exponente Querung, welche zwar mit dem Schwierigkeitsgrad BC bewertet ist, aber kein großes Hindernis darstellt. Über eine flache Plattenrampe gehen wir dann den über uns bereits deutlich sichtbaren Eger-Turm entgegen. Über einige Eisenstifte queren wir dann eine glatte Felsklappe. Hier befindet sich links auch der Notausstieg. Wer bereits zuvor am Leistungslimit agierte, sollte diesen auf jeden Fall nehmen, denn es folgt nun mit einer steilen Wand im Schwierigkeitsgrad C die Schlüsselstelle vom Klettersteig. Über die Trittklammern verlassen wir die Schlüsselstelle und steigen über eine Leiter im Schwierigkeitsgrad B dem Ausstieg vom Klettersteig entgegen. Wir führen runden links den Eger-Turm und erreichen dann die durchaus exponierte Hängebrücke, wo sich auch der Ausstieg aus dem Klettersteig befindet. So, Ausstieg vom Klettersteig, wie war es? Ja, also ich finde für den C-Steig, also da habe ich schon D-Steiger gemacht, die waren leichter an ein paar Stellen. Aber man kann sehr, sehr schön an vielen Stellen mit den Händen klettern am Fels. Ist aber auch schon ziemlich speckig leider. Aber so, wir hatten viel Glück. Gutes Wetter, nicht so viele Leute und schön langer Klettersteig. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben natürlich ordentlich Marschgepäck dabei. Ich glaube, ohne den wäre es auch noch ein bisschen einfacher gewesen. Angekommen am Ausstieg vom Klettersteig legen wir erstmal unser Kletterzeug ab und genießen dabei die tolle Aussicht auf den Eger-Turm sowie dem Thema Piscayde über uns. Vom Ausstieg des Klettersteigs steigen wir nun hinauf zur Piscayde-Hütte, welche wir bereits deutlich vor uns erkennen können. Angekommen auf der Hütte legen wir da eine verdiente Pause ein und schauen uns dabei den gleich folgenden Aufstiegsweg an. So, jetzt sitzen wir hier oben auf der Piscayde-Hütte und legen erstmal hier die harte Arbeit in die Pause ein, bevor es dann gleich hier hinten weiter geht Richtung Cimar Piscayde. Von der Piscayde-Hütte steigen wir kurz ab zum See und passieren diesen linkseitig. Über den Weg Nummer 666 geht es dann wieder nach und nach steiler ansteigend hinauf. Unterhalb beeindruckender Felszacken führt uns der Steig nun teils mit Seilen und Trittstiften gesichert nach oben. Oberhalb der Seil gesicherten Passagen erreichen wir dann den Abzweig zum Gipfel vom Ziematt Piscayde. Wir deponieren unsere Rucksäcke und beginnen mit dem kurzen, aber doch recht knackigen Anstieg, welcher neben einigen Gehpassagen hier haben wir wieder auch Kletterstellen beinhaltet. Nach einer knappen Stunde Anstieg stehen wir dann oben am Gipfel und können die tolle Aussicht über den Sellerstock genießen. So, wir sind jetzt hier oben direkt am Gipfel vom Ziematt Piscayde, genießen hier die wundervolle Aussicht. Ich muss wirklich sagen, eine der schönsten Aussichten, die ich dieses Jahr hatte. Das ist absolut überwältigend. Wir haben hier bei uns schön hochgekämpft. Der letzte Anstieg war steil, aber ging schnell. Und jetzt gucken wir hier rum und sehen den Pizpue hinter uns. Der ist hier. Und die Marmolada sieht man in der Ferne, die Gletscher. Das ist einfach was ganz Besonderes. Ja, und jetzt steigen wir halt nochmal ab und gehen weiter Richtung Pizpuehütte. Am Gipfel angekommen, haben wir einen tollen Blick rüber zum Grötner Joch, sowie auf den Eggerturm und der Hängebrücke unter uns. Aber auch der Pizpueh, sowie die gesamte Hochebene des Sellerstocks sind von hier oben zu sehen. Musik 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 So, ich würde sagen, da es gestern so gut geklappt hat, nützen wir uns einfach wieder runter zu unseren Rucksäcken, oder? Diesen Abstieg, den braucht doch keiner. Ja, stimmt. Also, drei, zwei, eins. Bin jetzt aber fix. Jetzt wären wir wieder unten. Rucksäcke sind noch da. Also würde ich sagen, geht es jetzt auf zur Refugio Boe. Vom Fuße des Tsima bis Kaido steigen wir auf der überliegenden Hangseite und wieder hinauf in Richtung Boe-Hütte. Mit zunehmender Höhe, gleicht die Landschaft aber einer steinenden Wüste und man könnte meinen, man wäre auf dem Mond gelandet. Nach dem Anstieg führt uns der Weg nun wieder leicht bergab hinein in eine Senke. Vorbei an mystisch wirkenden Symbolen erreichen wir die Forgella d'Antesas. Hier wählen wir den Weg rechts und umgehen somit den Gipfel vom Antesas. Als Überraschung folgte noch ein kurzer, sei gesicherter Abschnitt, welcher zwar etwas ausgesetzt, aber trotzdem sehr einfach zu begehen ist. Angekommen am nächsten Joch verspricht das nächste Wanderschild, dass die Hütte nicht mehr weit sein kann. Und so erreichen wir hinter der nächsten Anhöhe die Boe-Hütte. Direkt am Fuße vom Pizpoe liegt die Hütte auf einer Höhe von 2873 Metern. Einer Höhe, welche wir durchaus merken. Und so geht es nach dem Abendessen auf der Stube für uns heute recht schnell hinauf ins Bettenlager. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren. Servus und guten Morgen hier von der Boe-Hütte. Ja, es ist gerade kurz vor sechs und wir starten jetzt hier gleich mit dem Aufstieg auf den Pizpoe. Ja, wir starten heute etwas früher als die Tage zuvor, da heute noch ein Wetterumschwung angekündigt ist. Und wir nach dem Gipfel dann noch runter müssen zum Podorjoch. Ja, ansonsten die Hütte ist auf jeden Fall hier sehr zu empfehlen. Sehr komfortable Zimmer und auch sehr gutes Essen. Ja, und für uns geht es dann jetzt gleich rauf auf den Gipfel. Also, viel Spaß mit dem Video. Bereits früh am Morgen starten wir die letzte Etappe unserer Tour, welche uns heute zunächst auf den Pizpoe führen wird. Angekommen am ersten Wegweiser biegen wir links ab und steigen über einen steilen und steinigen Steig der Abbruchkante vom Pizpoe entgegen. Am nächsten Wegweiser biegen wir rechts ab auf eine kurze seilgesicherte Passage, welche uns etwas ausgesetzt am Fels entlang weiter hinaufführt. Oberhalb der seilgesicherten Passage geht es über den steilen und schottrigen Weg weiter dem Gipfel vom Pizpoe entgegen und schon bald können wir die am Gipfel gelegene Fasserhütte im Nebel erkennen. Da ist man an so einem trostlosen Ort im Nebel und auf einmal fühlt sich die Lebensfreude. Man ist wieder zu einem freundlichen Ort. Wie schön. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen hier auf dem Pizpoe. Hinter mir sieht man noch die Fasserhütte. Hier werden wir jetzt ein bisschen Pause machen und hoffen, dass es in der Zeit ein bisschen aufklart. Momentan hocken wir hier oben noch im Nebel. Angekommen am Gipfel vom Pizpoe geht es für uns erstmal in die Hütte für ein Frühstück auf über 3000 Meter. Bis sich dann endlich draußen die Sicht etwas bessert. Bis zum nächsten Mal. Ich habe in tengentlichtu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die kurze Wolkenlücke haben wir noch für die ein oder anderen Aufnahmen jetzt ausgenutzt. Jetzt hat leider gerade der Regen eingesetzt, das heißt wir treten jetzt den Abstieg an runter zum Podoljoch. Bei einsetzendem Regen steigen wir dann auf der anderen Seite von Pizboe ab in Richtung Podoljoch. Dabei gilt es auch immer wieder einige seilgesicherte Passagen zu bewältigen, welche durch den einsetzenden Regen etwas rutschig und mit Vorsicht zu begehen sind. Unterhalb der Seilsicherungen geht es dann über die breite Ebene weiter zu bereits gut sichtbaren Forcella Podol. Angekommen an der Forcella Podol legen wir eine weitere Pause ein und genießen auf der Hütte noch einen leckeren Cappuccino, bevor wir uns dann an den Abstieg Richtung Podoljoch machen. In der Scharte geht es zunächst steil und schottrig unterhalb der Materialseilbahn in vielen Sepentinen nach unten. Schon bald durchqueren wir die Wolkendecke und verlassen die Scharte. Hinter einem Wegschild wird die Umgebung nun nach und nach wieder etwas grüner und wir können unter uns schon bald die Talstation der Seilbahn erkennen. So, wir haben es geschafft. Angekommen hier am Passau Podol. Jetzt geht es dann gleich mit dem Bus für uns zurück nach Ortizai zu unserem Ausgangspunkt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich habe es nämlich auch gelesen, ein Abo ist nämlich kostenlos. Was? Das kostet nichts? Nein, doch. Kostet nichts. Das hat sich kostenlos. Tja, damit sage ich, Freunde, ich hoffe, euch hat diese Tour gefallen. Es war eine ganz, ganz besondere. Halt's Maul. Viertagestour und ey, wir haben noch viele, viele geile Sachen vor uns. Bitte bleibt dran. Es kommt noch richtig geiler Stuff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.